Hier sehen wir das Bramhaus mit dem Fässer. Super schön Kuss. Hier vorne ist die Schuhe. Und heute Abend oder am Nachmittag spielt ihr dann auch gleich mit Essen. Das ist richtig schön. Und hier rüben kriegt man Essen hat man frei, nur das Bier muss man hier zahlen. Das ist natürlich auch sehr schön.